Der erste Tag bei Opel in Rüsselsheim. Für Opel selbst bin ich kein Arbeitnehmer, ich habe auch hier keine Rechte. Man ist eigentlich nichts wert. Erster Tag bei Bayer, erste Schicht ist erledigt. Hier ist es tatsächlich eben so, dass es nicht mehr darum geht flexibel jemanden zu ersetzen. Heute kam die erste Abrechnung und es ist wirklich unvorstellbar. Also jetzt bleiben mir noch gerade mal 8 Euro in der Tasche und der Gang zum Arbeitsamt. Mit diesem Anruf fängt alles an. Ja, hallo. Ui, doch schon heute. Normalerweise soll es zuerst in 5 Tagen losgehen. Markus Breitscheidls Leben als Leiharbeiter beginnt überstürzt. Alles klar, dann komme ich dann an Tor 60. Okay, danke, tschüss. Schon in 90 Minuten soll er bei Opel in Rüsselsheim anfangen zu arbeiten. August 2007, ein Jahr vor der großen Finanzkrise. Markus Breitscheidl bricht zu einem Experiment auf, das ihn verändern wird. Für ein Jahr schlüpft er in die Rolle eines Leiharbeiters. Diese Szenen haben wir kurze Zeit später nachgestellt. Dass er über seine Erlebnisse ein Buch schreiben will, wird er verheimlichen. Er arbeitet undercover. Wir werden ihn in diesem Jahr immer wieder begleiten. Jetzt geht's schnellstmöglich auf nach Rüsselsheim an Tor 60. Da wartet eben mein neuer Chef. Und dann geht's zur Arbeit. Muss jetzt doch zügig losgehen. Sein Chef ist der Inhaber einer Firma, die ihn an ein für Opel tätiges Unternehmen verliehen hat. Markus Breitscheidl hat sich nicht unter seinem richtigen Namen beworben. Er benutzt den falschen Namen Matthias P. Kurz vor dem Ziel präpariert er seine Mini-Videokamera, die er in einer Umhängetasche bei sich tragen wird. So oft es möglich und rechtlich vertretbar ist, will er verdeckt filmen. Opel in Rüsselsheim. Rund 18.000 Menschen arbeiten hier. Früher waren sie alle Opelaner, ein Leben lang. Vergangenheit. Ein Teil der Produktion ist inzwischen an Zulieferer und Dienstleister ausgelagert, die wiederum Leiharbeiter für sich arbeiten lassen. Markus Breitscheidl wird nun einer von ihnen sein. Ab hier ist er auf sich gestellt. Wir können nicht mehr drehen. Die versteckte Mini-Kamera läuft. Sein Undercover-Einsatz beginnt. Die heimlich gedrehten Bilder und Aufzeichnungen wird er uns später zur Verfügung stellen. Die Halle, in der Markus Breitscheidl arbeiten soll, liegt am anderen Ende. In diesem Teil des Werks arbeiten auch Leiharbeiter. Er ist spät dran, deshalb fährt ihn ein Mitarbeiter der Firma. Ein seltenes Privileg, wie er später feststellen wird. Wir fuhren durch das riesige Werksgelände. Das waren gut zehn Minuten Autofahrt. Wir standen vor einer Halle, die Schander gar nichts mehr mit Opel zu tun hatte. Wir kamen dann rein und das bedeutet eben auch drei neuen Kollegen wurde die Halle gezeigt. Als Leiharbeiter soll er Autoscheinwerfer kontrollieren. Die Lampen kommen aus China und etliche hätten Mängel, sagt er uns später. Als meine neue Mitarbeiterin und ich nachgefragt haben, wo wir uns denn umkleiden könnten, wies er unser Schichtleiter, der gut zehn Jahre jünger ist als ich, wies uns eine Ecke zu mit Stühlen, frei in dieser Halle. Es habe keinen Umkleideraum gegeben. Sein Platz sei die Werkshalle, nur die. Wir zogen uns dann um, begleitet natürlich von Pfiffen aus der ganzen Werkshalle, da auch die Frau sich umziehen musste. Markus Breitscheidl filmt immer nur ganz kurz. Er fühlt sich unsicher beim Drehen. Jetzt trägt er die Kluft der Firma. Jeder kann ihn schon von Weitem von echten Opelanern unterscheiden. Hier lässt er die Kameratasche stehen. Er sagt aus Angst, dass jemand etwas merken könne. Schon nach wenigen Stunden kommt er wieder aus dem Werk. Wie bei allen Leiharbeitern sieht auch sein Arbeitsvertrag vor, dass er voll bezahlt wird. Egal für wie viele Stunden er ausgeliehen wird. Doch auf der Arbeit behauptet er, hätten Kollegen ihm das anders erklärt. Der erste Arbeitstag war so, dass ich zunächst mal den ganz normalen Tagesausweis, also keinen Firmenausweis bekommen habe, sondern Besuchertagesausweis, der mich berechtigt für fünf Tage reinzugehen. Also es ist so schon begrenzt. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich eben jetzt hier arbeiten soll. Ja, wie unverbindlich die mit mir umgehen. Ganz klar und deutlich machen die mir, wenn jetzt ein LKW kommt mit Lampen, dann rufen wir dich an und dann hast du da zu sein. Und wenn der ausgeräumt ist, dann kannst du auch wieder gehen. Also es ist kein fester Acht-Stunden-Job, sondern wirklich nur dann, wenn es notwendig ist. Und es werden keine festen Zeiten ausgemacht. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage ich die Woche arbeite, wann ich das nächste Mal arbeite und dadurch natürlich auch, wie viel Geld ich verdiene. 300 Meter vom Werk entfernt in einer Monteurspension schlafen viele, die auf Zeit bei Opel arbeiten. Ein Zimmer war zum Glück noch frei, für 400 Euro Warmmiete im Monat. Aber die muss er erstmal verdienen. Das wird jetzt meine Unterkunft sein, ja, für die nächsten Wochen. Richtig. Klein, aber fein, kann ich nur dazu sagen. Eine Kiste, eine Tasche, ein Rucksack. Die Ausstattung für das nächste Jahr. Sein ganzes Leben ist jetzt ein Provisorium. Sein Chef habe angeblich sofort gesagt, von heute auf morgen könne hier wieder Schluss sein. Das heimliche Leben als Leiharbeiter. Den ersten Tag hat er geschafft. Ein Jahr lang soll das von jetzt an weitergehen. Wir werden ihn nur ab und zu besuchen. Die meiste Zeit ist er allein. Der nächste Morgen, er führt ein Videotagebuch. Auch das wird er uns später zur Verfügung stellen. Heute ist erst der zweite Tag in Rüsselsheim und ja, schon gehen die Sorgen los. Ich habe mir das doch mit dem Einsatz etwas anders vorgestellt. Mein Auftraggeber oder Chef hörte es sich so an, als wäre es wirklich eine Vollzeitstelle und ich könnte jeden Tag eben arbeiten. Doch schon gestern ist mir klar geworden, dass anscheinend nur ein Job auf Abruf ist und wir nur abgerufen werden, wenn tatsächlich eben auch Arbeit da ist. Und so warte ich heute schon, ja, seit mehr als zwei Stunden auf den Anruf, ob es tatsächlich losgeht. Aus Angst, den Job zu verpassen, lässt er sein Handy nun keinen Augenblick mehr aus den Augen. In dem Jahr seiner Recherche will er nicht auf seine Ersparnisse zurückgreifen, sondern ausschließlich vom Verdienst als Leiharbeiter leben. Er muss viele Stunden machen, sonst bleibt ihm nur Hartz IV. Und was wollen Sie jetzt machen, nur warten? Letztendlich bleibt mir ja nichts anderes übrig. Was soll ich? Ich kann ja nicht weg hier. Ich muss ja, wenn er eben anruft, muss ich relativ schnell am Arbeitsplatz sein mit der Arbeitskleidung. Also, ich bin hier schon an den Ort gebunden. Bleibt mir nichts anderes übrig. Warten auf ein Zeichen von der Firma. Oft ruft er selbst beim Chef an. Wann darf er ins Werk und arbeiten? Na gut, dann mache ich das eben so. Dann warte ich eben, bis angerufen wird. Okay, danke. Tschüss. Und was ist jetzt? Ja, heute ist eben kein Einsatz. Opel hat mich heute eben nicht abgerufen über die Personalfirma. Und obwohl es eben mein Chef wusste, hat er mir bisher noch nicht Bescheid gesagt. Also, es wird heute keine Arbeit geben für mich. Und wer bezahlt jetzt den Tag? Das Risiko dafür trage ich. Also, ich bekomme nur Geld dann, wenn ich Einsatztage habe. Also, weder mein Arbeitgeber, die Leihfirma, noch Opel muss heute irgendwas zahlen. Wir fragen bei der Firma nach. Dort heißt es, man halte sich an die Tarifverträge. Die Wartestunden würden also bezahlt. Markus Breitscheidl traut der Zusage nicht. Deshalb ist er froh, wenn der Chef anruft. Dann kann er los. Alles geht ganz schnell. Oft bleibt ihm nur eine halbe Stunde bis Schichtbeginn. Was er im Werk erlebt, schildert er uns so. An der Drehtür warte längst kein Fahrservice mehr auf ihn, wie noch am ersten Tag. Er müsse zur Halle laufen. Immer wieder kämen Autos vorbei. Da säßen Festangestellte drin. 20 Minuten dauere sein Weg durchs Werksgelände hin und abends zurück. Aber diese Zeit werde nicht bezahlt. Dabei gibt es doch sowieso nur 7,15 Euro die Stunde. Wenn er filmt, fürchtet er stets entdeckt zu werden. In einem unbemerkten Moment spricht er vor der Halle in sein Videotagebuch. In einer kurzen Zigarettenpause wollten wir uns unter den Leiharbeitskollegen unterhalten. Da fuhr unser Schichtleiter sofort dazwischen. Es wäre uns gar nicht erlaubt, untereinander zu unterhalten. Das wäre laut Arbeitsvertrag verboten. Wir haben uns alle sehr schockiert angeguckt. Und dann legt er uns tatsächlich eben noch diese Norm vor. Er zeigt uns die Verschwiegenheitsverpflichtung. Die Leiharbeiter müssten das unterschreiben. Außerdem sei er mündlich darauf hingewiesen worden, nicht mit Opelanern zu reden. Markus Breitscheidl sagt, er fühle sich isoliert. Ach, zwei Pommes. Sorry. Diskriminiert fühlt er sich auch in der Opel-Kantine. Die externen Mitarbeiter zahlen fürs Mittagessen gut das Doppelte. Da geht er lieber zum Imbiss. Hier kosten die Pommes rot-weiß für jeden dasselbe. Ich habe mit ein paar Leiharbeiter gesprochen. Wir tun es schon seit acht Jahren dabei. Das erste richtige Gespräch mit einem Kollegen. Ufuk Utschmann ist schon seit 20 Jahren Leiharbeiter, um sich und seine drei Kinder durchzubringen. Es gibt keine Leihfilme, glaube ich, dass ich nicht gearbeitet habe. Überall, mindestens bei 30, 40 unterschiedlichen Leihfirmen, aber fast in ganzem Deutschland eingesetzt. Ich war praktisch immer von zu Hause weg. Meine Frau hat immer damals Schwierigkeiten gemacht. Die Kinder sagen dir bald Onkel, die wissen nicht mehr, wer der Vater ist. Von seinem Lohn kann die Familie nicht leben. Auch er hat nur sieben Euro in der Stunde. Viele Firmen sehen es nicht gern, dass die Leiharbeiter darüber miteinander sprechen. Und dann können sie in einer Stunde da sein. Das ist überall so eine Leihfirma. Da könnten wir über unsere Verdienste nicht reden untereinander. Und nicht sagen, dass wir dann einen Grund zur fristlosen Kinder haben. Wieder bei der Arbeit. Film findet Markus Breitscheidl inzwischen zu riskant. Er macht nur schnell Fotos mit seinem Handy. Am Abend erzählt er seinem Videotagebuch noch ganz aufgelöst, was dann passiert sei. Er habe gerade Scheinwerfer kontrolliert, als ein Manager gekommen sei. In der Schicht gab es Riesenärger. Es kam eine ganze Fuhre von Scheinwerfern für Opel Vectra. Und so nach einer Stunde hatten wir mehr als die Hälfte der Scheinwerfer als nicht in Ordnung aussortiert. Dann kam ein Manager in blauem Hemd und Schlips und Kragen sehr nervös. Fauchte uns sofort an, dass wir unsere Arbeit vernünftig machen sollten. Und wir haben dann gefragt, was hätten wir denn falsch gemacht. Ja, es wären viel zu viele aussortiert worden. Und das Band würde in 20 Minuten stehen. Wir sollten uns da was einfallen lassen. Und ließ uns die ganzen Scheinwerfer, die als nicht in Ordnung geprüft worden sind, ließ er uns eben, ja, ließ uns nochmal prüfen, mit der ganz klaren Order, sie alle als okay durchgehen zu lassen, damit eben das Band nicht still steht. Also hat unsere Arbeit seit heute eben wirklich, wurde ad absurdum geführt. Und keiner mehr ist groß motiviert, überhaupt in irgendeiner Weise was zu machen. Seine Einsatzfirma bestreitet seine Schilderung. Wir waren nicht mit in der Halle, können das erstmal nicht nachprüfen. Doch dann reagiert Opel. Über Wochen hatten wir vergeblich um eine Stellungnahme gebeten. Als wir Breitscheidels Geschichte von den Scheinwerfern erzählen, gibt Opel plötzlich doch ein Interview. Man will klarstellen, dass auf keinen Fall defekte Scheinwerfer eingebaut würden. Die Geschichte ist irgendwie so merkwürdig, dass ich der wirklich gerne nachgehen würde. Wir können aufgrund der Statistiken und der Ergebnisse nicht irgendwo erkennen, dass diese Dinge geschehen sind. Und was ist mit den anderen Erlebnissen, von denen Markus Breitscheidl berichtet hat? Sie fühlen sich diskriminiert, dass sie andere Kleidung tragen müssen, dass jeder sie erkennt. Oh Gott. Sie haben gesagt, sie mussten in der Kantine das Doppelte fürs Essen bezahlen. Also das Doppelte von dem, was die Stammarbeiter bezahlen müssen. Sie haben gesagt, sie durften die Räume nicht benutzen. Das heißt, sie mussten sich in der Halle umziehen. Sie durften sich nicht in den Betriebsräumen umziehen. Das sind alles Sachen, die die Leute als diskriminierend erlebt haben. Verstehen Sie das, dass ein Leiharbeiter sich durch so etwas diskriminiert fühlt? Es sind keine Opel-Leiharbeiter. Setzen Sie sich bitte mit der von Ihnen eben zitierten Firma ins Benehmen. Denn eins muss doch auch mal ganz klar sein. Wir kaufen eine Mitarbeit ein, eine Leistung. Und wir fühlen uns für die Leute schon verantwortlich. Was die Arbeitssicherheit angeht, sind die Standards genau dieselben, wenn die auf dem Werksgelände sind. In der Tat, sage ich mal, gibt es da vielleicht Einzelregelungen an der Kantine oder wie auch immer, die die Leute als diskriminierend empfinden. Aber da müssen Sie sich dann bitte doch an Ihre Firma wenden. Aber geben Sie denn die Verantwortung ab in dem Moment, in dem Sie die Arbeit einkaufen? Interessiert Sie das dann nicht mehr, wie es den Leuten geht? Also wir haben da schon ein Interesse. Nur ich sage Ihnen auch mal ganz klar, wir haben erstmal das Interesse, dass die Arbeit ordentlich gemacht wird. Und wenn Sie, ich weiß nicht, mit wie vielen gesprochen haben, uns sind diese Klagen bisher noch nicht zu Ohren gekommen. Kein Wunder, sagt Markus Breitscheitel zu uns. Er fühlt sich schon ganz als Leiharbeiter, wirkt manchmal verbittert. Wenn man den Mund aufmacht, und das hat der ein oder andere Kollege eben schon erfahren müssen, dann muss man sofort gehen. Und das weiß man. Und deshalb ist die Stimmung eben unter uns Leiharbeitern tatsächlich so, dass keiner irgendwas sagt. Und jeder, der hier rein ist, bereit ist, jede Arbeit wie auch immer zu erledigen. Er sagt, er sei jetzt schon demotiviert. Er ist sauer, er hat zu wenig Arbeitseinsätze. Und es gibt Unstimmigkeiten über die geleisteten Arbeitstage. Seine Firma sagt später, er habe überhaupt nur drei Tage gearbeitet. Er will es nicht zum Streit kommen lassen, weil seine Tarnung sonst aufliegen könnte. Letztendlich ist es natürlich schon eine sehr unangenehm, peinliche Geschichte, dass man zwar einen Arbeitsvertrag hat, der einem laut dem Vertrag auf jeden Fall mal Vollbeschäftigung zugesteht, das allerdings aber nicht ausreicht, um die Höhe überhaupt der Sozialhilfe zu erreichen. Also jetzt bleiben mir noch gerade mal acht Euro in der Tasche und der Gang zum Arbeitsamt. Seine Bilanz für den September? Obwohl er einen Job hatte, musste er zum Amt, um einen Zuschuss für Miete und Essen zu beantragen. Denn noch immer wartet er auf sein erstes verdientes Geld. Seit Beginn seiner Recherche lebt er von Hartz IV. Er will die Rolle durchhalten. Sein weniges Geld teilt er in kleine Rationen für den Monat ein. Es ist eigentlich so gekommen, wie ich bereits vermutet habe. Die Einsätze reduzieren sich ja schon. Es wird also wirklich von den Arbeitsstunden immer weniger. Also ich kann nicht hier jeden Tag mit diesen Gedanken hier in dem Zimmer sitzen und warten, bis der Anruf kommt. Und mir bleibt jetzt wirklich nichts anderes übrig, als mich schon mal in anderen Betrieben wieder zu bewerben. Denn ja, so kann es nicht weitergehen. Ins Internet kann er nur im günstigen Shop. Das Handy immer dabei, falls der Chef sich doch meldet. Im Internet liest er auch über Opel. Dort steht, dass die Umstellung auf Leiharbeitssystem habe. Auch Opel-Auszubildende sollen später Leiharbeiter werden. Wie zum Beispiel Sarah und Lisa nach ihrer Lehre bei Opel in Bochum. Hallo. Also es wurden das erste Mal die Azubis nicht übernommen bei Opel, sondern in eine Leihfirma sozusagen gesteckt. Was habt ihr gedacht, als ihr das gehört habt, ihr sollt Leiharbeiter werden? Ne, das wollen wir nicht. Also dass das nicht sein kann, dass wir einen vernünftigen Job haben möchten und dafür auch was tun wollen. Und man hat ja auch schon einiges gehört über Leiharbeiter und welche Bedingungen das sind. Und ja, also das wollte man auf jeden Fall nicht. Sie hätten keine Wahl gehabt. Aus ihren Ausbildungsjahrgängen stellte Opel keinen ein. Opel habe sie und die anderen Auszubildenden nach der Lehre zu Leihfirmen geschickt, um sie dann als Leiharbeiter nach Bedarf einsetzen zu können. Halten Sie das für eine gute Geschäftspolitik? Wissen Sie was? Wir können ja auch Folgendes machen, dass wir Ihnen einfach sagen würden, wir bieten keine Ausbildungsplätze an und wir bieten diesen Leuten keine Zukunft. Wissen Sie, was wir machen? Wir bieten zu viele Ausbildungsplätze für unsere eigenen Bedürfnisse an und geben, das ist eine Abmachung mit der Politik, den Menschen, den jungen Menschen so eine Chance überhaupt eine Ausbildung zu haben. Die Opel-Ausbildung ist eine super Ausbildung. Und dann, um sie nicht in eine eventuelle Arbeitslosigkeit zu entlassen, haben wir mit der Politik eine Regelung gefunden, dass diese Leute auf einer seriösen Basis mit ADECO zusammen oder mit WorkNet eine Zukunft haben. Und wir finden, dass das eine ganz, ganz gute Lösung ist. Weil wenn wir nur die jungen Menschen ausbilden würden, für die wir hier einen Platz haben, dann hätten wir viel weniger auszubilden. Dann würden die jungen Leute auf der Straße stehen. Und dann möchte ich Ihnen einfach mal sagen, was ist denn da die bessere Lösung? Sie inszenieren hier eine Sozialbetroffenheit, die ich so nicht akzeptieren kann. Aber es ist ja Arbeit da, sonst könnten Sie die ja nicht über Leiharbeitsfirmen dann wieder erfüllen. Es ist eine intelligente Lösung mit dem Betriebsrat gefunden worden, dass Arbeit da ist und dass hier wirklich auch eine Zukunft ermöglicht werden kann. Weil das ist eine Opel-Ausbildung, die die Leute in der Tasche haben. Also es wurde uns sozusagen direkt gesagt, so euer Arbeitsleben fängt an mit Arbeitslosigkeit oder mit Leiharbeit nach der Lehre. Ihr habt keine andere Möglichkeit und ja, es sollte einen wirklich daran gewöhnt werden, dass man heute, wenn man arbeiten geht, ist man nur Leiharbeiter, muss man sich alles gefallen lassen. So die Zukunftsperspektive ist einfach, ja, nicht wirklich vorhanden. Man weiß nicht, wo man nächste Woche arbeitet, ob man arbeitet, wie viel man verdient. Und ja, die private Zukunftsplanung ist eigentlich nicht wirklich vorhanden und es ist schon kein schönes Gefühl. Nach gut einem Monat will Markus Breitscheidl weg aus Rüsselsheim. Er sagt uns, zuletzt habe er ganze acht Stunden gearbeitet und nicht einmal genug für die Pensionsmiete verdient. Er fühlt sich von allen übervorteilt. Das Arbeitsamt hat ihm jetzt einen anderen Job vermittelt. Wieder als Leiharbeiter. Sofort zieht er weiter nach Berlin. Mein nächster Einsatz ist bei, im Werk von Bayer Schering Pharma. Da bin ich angestellt von der werkseigenen Leihfirma Bayer Job Aktiv, als Leiharbeiter in der Produktion an der Antibabypille Jatz, an der Maschine in Schichtarbeit. Wieder ein Monteurszimmer. Wieder ein neues Zuhause auf Zeit. Für ein paar Wochen oder Monate, wer weiß. Zwei Tage einarbeiten, dann beginnt der neue Job im Werk von Bayer Schering am anderen Ende der Stadt. Die Firma Bayer Schering nutzt die Leiharbeit systematischer als Opel und hat sogar eine eigene Leihfirma gegründet. Die stellt die Leiharbeiter ein und verleiht sie im eigenen Konzern. Hier kann Markus Breitscheidl seine Kamera nicht an der Sicherheitsschleuse vorbeischmuggeln. In der Umkleidekabine macht er mit dem Handy nur schnell ein Foto. Zurück von der Schicht. Seinem Videotagebuch berichtet er, wie er den ersten Tag empfunden hat. Schockierend für mich war, dass von den sechs Facharbeitern an meiner Maschine bereits drei schon ersetzt wurden durch Leiharbeiter wie mich. Das bedeutet eben, dass statt der tariflichen Bezahlung, die bei 17,50 Euro brutto plus Schichtzulagen liegt, schon ersetzt wurden, ja durch mich, bei 6,42 Euro brutto ohne jegliche Schichtzulagen. Zurück in der Gemeinschaftsküche seiner Unterkunft. Er fühlt sich bei Bayern nicht als Handlanger. Er müsse eine komplizierte Maschine bedienen. Früher habe da sein Festangestellter erledigt. Jetzt mache er nach einer Einweisung den Job. Dieser Schichtplan geht über das ganze Jahr. Hier ist es tatsächlich eben so, dass es nicht mehr darum geht, eben flexibel jemanden zu ersetzen, durch Krankheit oder Urlaub, sondern hier ist es wirklich, man ist fest als Mitarbeiter eingeplant und fest in diesem Schichtsystem drin. Bayer lehnt ein Interview ab. Schriftlich teilt uns der Konzern mit, Leiharbeiter nur kurzfristig einzusetzen. Früh, spät und nachts, so sieht es sein Schichtplan vor, muss er nun ins Werk und Seite an Seite mit den Festangestellten arbeiten. Doch er verdient nicht einmal die Hälfte. So richtig schockiert war ich, als ich in der Pause in die große Kantine gekommen bin, da zu sehen, wie viele Namenlose. Das sind diejenigen, die den Leiharbeiterkittel tragen. Die Leiharbeiter sind die einzigen im Werk, die ihren Namen nicht auf dem Arbeitskittel tragen und sich damit eben deutlich von den Werksarbeitern unterscheiden. Wie viele da in dieser Kantine schon gesessen haben, da ist die Angst der Festangestellten, dies deutlich zu spüren. Drei Wochen hat er im ersten Monat bei Bayer Job aktiv gearbeitet. Sein Vertrag hatte erst am 5. Oktober begonnen. Im ersten Monat 529 Euro und 31 Cent netto bar auf die Hand. Im stetigen Wechsel zwischen Spätnacht und Frühschicht habe ich gearbeitet. Und heute kam die erste Abrechnung und es ist wirklich unvorstellbar. Da bleiben mir nicht einmal 530 Euro netto übrig, um zu leben. Und das reicht gerade für die Fahrkarte und das reicht gerade eben, um die Miete zu bezahlen. Aber das reicht nicht, um nur ein bisschen dann noch zu essen einzukaufen oder sich irgendwas anderes zu können. Er borgt sich Geld bei Freunden. Wie hält man solch ein Leben auf Dauer aus? Seine Kollegin ist schon seit Jahren Leiharbeiterin bei Bayer. Sie möchte nicht erkannt werden. Ich war schon mal so weit gewesen, dass ich eine Einstellung gekriegt hätte. Das ist jetzt zwei Jahre her. Und von heute auf morgen wurde dann gesagt, okay, Feierabend, wir brauchen euch nicht mehr. Und mein Vertrag lag aber schon zur Unterschrift bereit. Und da habe ich dann damals gesagt, okay, da gehe ich nicht wieder rein. Gehe ich nicht wieder rein. Das war jetzt das letzte Mal, dass sie mich rausgeschubst haben. Aber wo es dann hieß, ich kann wieder anfangen, war ich dann doch wieder happy gewesen. Man hofft immer, dass man eine Einstellung kriegt. Und wenn es erst mal für ein halbes Jahr ist, dass man sich wieder mal eine Stufe hochrappeln kann. Aber es geht ihm halt nicht. Man schafft es nicht, nicht über eine Leihfahrer. Als er an diesem Nachmittag nach Hause kommt, hat Markus Breitscheidl wieder Post von Bayer Job aktiv. Die Firma behauptet, er habe oft gefehlt und rechnet nur zwölf Arbeitstage an. Das ist ja unglaublich. Ich habe jetzt von Bayer Job aktiv einen Brief bekommen, dass sie mir im Monat Oktober 130,50 Euro zu viel bezahlt haben. Und ich diesen Betrag wieder bei der nächsten Abrechnung abgezogen bekomme. Bis heute streiten sie über die Zahl der Arbeitstage. So oder so, das Geld reicht nicht mehr. Außerdem fühlt er sich einsam, überlegt sogar aufzugeben. Dann könnte er seinen Lohn einklagen. Das muss warten. Er will seine Rolle zu Ende spielen. Immer wieder bekommt er kleine Jobs für ein paar Euro. Nichts regelmäßiges mehr. Wir besuchen ihn ab und zu und merken, er ist in sich gekehrt, wirkt kraftlos und durcheinander. Im Frühjahr eine neue Chance. Er soll als Saisonarbeiter, als Erntehelfer auf Zeit anfangen. April 2008. Neun Monate dauert seine Recherche jetzt schon. Markus Breitscheidl sagt, diesen Job wolle er noch machen. Er fährt nach Brandenburg an die polnische Grenze. Zusammen mit zehn anderen Arbeitslosen soll er nun dem Obstbauern Wilhelm Aldag bei der Erdbeerernte helfen. Wir kündigen uns ebenfalls an für eine Erntereportage und haben tatsächlich die Möglichkeit, offen mit unserer Kamera zu drehen. Also es muss jedem klar sein. Es ist keine Arbeit, die man so nebenbei mitmachen kann. Sie bekommen also am Feldrand nicht nur solche Päckchen, Schälchen, sondern auch solche Holzkisten. Es werden 25 Cent pro Schälchen gezahlt. Das heißt für eine solche Kiste 2,50 Euro. Wer die Arbeit machen will und macht und gut kann, das schafft auf jeden Fall seine sieben bis acht bis neun Euro in der Stunde. Und es wird noch besser. Eine Mitarbeiterin des Arbeitsamtes ist da und sie verspricht, dass es sogar obendrauf noch Geld aus der Staatskasse gibt. Eine Art Kombilohn. Sie bekommen von uns noch einen Saison-Mehrbedarfsausgleich. Da habe ich für diejenigen auch schon einen Antrag mit. Das heißt, dass sie pro Tag 18 Euro von der Agentur für Arbeit noch bekommen. Neun Euro plus Zuschuss. Das wäre das Doppelte von dem, was Markus Breitscheidl bisher verdient hat. Mitte Juni. Um kurz vor fünf am Morgen gehen die Helfer aufs Feld. Markus Breitscheidl erntet seit zwei Wochen. Unsere Kamera ist wieder offiziell dabei. Von neun Euro Stundenlohn will der Chef heute nichts mehr wissen. So fünf bis sieben vielleicht, meint er. Aber sonst gehe es den Erntehelfern sehr gut. Ja, wenn wir halb fünf anfangen, dann sind wir meistens so zwischen zehn und elf Uhr durch. Und wenn etwas mehr geerntet werden muss, dann kann es auch mal passieren, dass wir bis um zwölf machen. Wenn es dann zu heiß wird, dann unterbrechen wir auch und machen am Abend noch mal. Wir versuchen, das den Leuten also so angenehm wie möglich zu gestalten, obwohl die Arbeit wirklich sehr anstrengend ist. Ein Arbeitgeber, der sich kümmert. Auf dem Feld ist offenbar alles in Ordnung. Doch wir sehen, die Helfer schaffen trotz aller Mühe weniger Paletten als erhofft. Markus Breitscheidl spricht heute offiziell mit uns. Wie viel schaffen Sie in der Stunde? Also es sind im Schnitt zwischen 2,50 Euro und 3,25 Euro brutto. Jetzt sagt der Chef, es sind im Schnitt sieben Euro. Also die hat kein Kollege, das ausgeschlossen, das zu schaffen. Das bestätigen uns auch andere Erntehelfer. Keiner, den wir fragen, kommt über vier Euro die Stunde. Wenn Markus Breitscheidl abends in sein Videotagebuch spricht, ist er oft aufgeregt und übermüdet. Wir haben Montag, den zweiten Sächsten, mein erster Einsatz in der Erdbeernte. Und ich muss schon gestehen, eine sehr anstrengende Arbeit, da sie fast nur im Dücken oder Knien durchgeführt wird. Rücken, die kompletten Muskeln im Beckenbereich und auch die Knie werden stark beansprucht. Wie sieht man das aus mit dem Muskelkater, hört der irgendwann mal auf. Nach zwei Wochen, nicht? Der Rückengesäß und auch die Baden- und Oberschenkelmuskeln brennen, Schmerzen. Laut Kollegen soll das nach 14 Tagen wieder besser werden. Ich kann eigentlich kaum erklären, wie fix und fertig ich bin. Also es tun einem die Knochen so weh, dass man eigentlich kaum das Kreuz gerade halten kann. Ich habe verschiedene Techniken ausprobiert. Zunächst im Rocken. Das geht so 30 Minuten gut. Dann geht man über zu den Knien. Das heißt, man kniet vor den Pflanzen. Das bedeutet, dass sich die Knie etwas aufscheuern und so ein leichtes Blutgemisch doch ein bisschen mit Erdbeer sich da durchdrückt. Was ich ebenso unterschätzt habe, ist, dass natürlich die Fruchtsüße der Erdbeeren die Stechmücken und die Bienen anzieht. Das ist unglaublich, dass die ganzen Beine durch die lange Jeanshose durchzerstochen. Donnerstag, der 5. Juni. Der Bauer macht so langsam ernst, muss man sagen. Also heute hat er uns ohne Vorankündigung 11,5 Stunden bei wirklich brennender Sonne auf dem Feld kriechen lassen. Er hat weder Getränke noch irgendwelche Lebensmittel herangebracht. Was ich für fahrlässig halte, ist, dass er uns nicht mal seine Kiste Wasser hingestellt hat. Und seine Erdbeeren, denkt er, da schaut er, dass jeder Einzelne ja keine Druckstelle hat und da läuft auch jeder Einzelne hinterher. Aber man merkt eben, dass wir das Personal, oder ob er uns überhaupt als Personal ansieht, ist schon fraglich, da in seinen Planungen keine Rolle spielen. Wie lange dürfen wir denn eigentlich? Sechs Stunden dürfen wir. Also erzähle ich meiner Fallmanagerin besser nicht, dass wir länger als sechs Stunden haben. In diesen 11,5 Stunden kommt man dann so auf 30 Euro brutto. In 12 Stunden, 11,5 Stunden knallharter Arbeit auf dem Feld. 30 Euro sind nicht einmal 3 Euro brutto die Stunde. Unglaublich. So, seit heute wurde uns mitgeteilt, dass wir ab dem heutigen Tag, also heute Nachmittag, ein Dixi-Klo geliefert bekommen, da am Montag sich das Fernseher angemeldet hat. Wir dürfen, alles natürlich in einem Atemzug genannt, wir dürfen natürlich ab dem heutigen Tag auf den uns abgeernteten Feldern die Früchte mitnehmen, die noch übrig geblieben sind. Das wurde heute ganz offiziell verkündet zum Verwundern der Kollegen, die schon im letzten Jahr da waren, denn da gab es weder ein Klo, noch gab es offiziell die Erlaubnis, Erdbeeren mitzunehmen. Also vielen Dank dem Fernseher und dem offiziellen Termin. Ich gehe jetzt erstmal mindestens für drei, vier Stunden schlafen. Und tatsächlich, da steht es. Das Dixi-Klo fürs Fernsehen. Vorher hätten sie aufs freie Feld gemacht, Männlein wie Weiblein. Und auch sonst sei heute vieles anders, sagt uns Markus Breitscheidl. Nach gerade einmal vier Stunden gibt der Chef das Kommando, genug erst mal. Erst am Abend, als wir mit unserer Kamera schon wieder weit weg sind, geht es weiter. Markus Breitscheidl hat sich angestrengt beim Ernten. Dennoch schafft er selten mehr als anderthalb Paletten die Stunde. Und wir sehen, den anderen geht es genauso. Beschweren sich die Leute, sagen die, wir möchten mehr? Ja, also ich habe das Gefühl, dass sie damit zufrieden sind. Wir haben Ende Mai angefangen zu pflücken. Und ich habe Ende des Monats alle noch einmal gefragt, wie sie sich fühlen, wie sie denken, weitermachen zu wollen. Ob sie dabei bleiben wollen oder ob jemand vielleicht aufhören möchte. Und da haben alle gesagt, dass sie dabei bleiben möchten. Jetzt sagen ja manche, bei den ganzen Helfer-Tätigkeiten wird man eher arm durch Arbeit. Was sagen Sie dazu? Ja gut, die Helfer-Tätigkeit ist halt eine Tätigkeit, die jetzt nicht dazu dient, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern eben um auch zu helfen, um was dazu zu verdienen, würde ich denken. Und kann gar nicht dazu dienen, eine Familie zu ernähren zum Beispiel, sage ich mal. Hilfsarbeit also als Arbeit, um zu helfen, nicht um Geld zum Überleben zu verdienen. Später fragen wir noch mal am Telefon, ob die Geschichte mit den langen Arbeitszeiten und dem Wasser stimme. Der Chef bestätigt das, aber es habe sich ja niemand beschwert. An diesem Nachmittag wird aus Matthias P. wieder ganz offiziell Markus Breitscheidl. Nach einem Jahr Leiharbeit ist das Experiment beendet. Wir zeigen Breitscheidls Erlebnisse dem Vater des Leiharbeitsbooms in Deutschland. Wolfgang Klement hatte als Arbeitsminister die Gesetze reformiert. Mehr Leiharbeit war sein politisches Ziel. Aber war das seine Vision? Also wenn es so ist, wie es hier dargestellt wird, ist es völlig unakzeptabel. Ob große Unternehmen, bekannte deutsche Unternehmen oder andere, dann kann man nur dringend raten, dass diese Unternehmen ihre Praxis dort überprüfen und die Frage, mit welchen Zeitarbeitsunternehmen sie zusammenarbeiten. Das ist so, wie es hier dargestellt wird, unakzeptabel. So, sagt Wolfgang Klement, hatte er die Leiharbeit nicht gewollt. Aber so hat Markus Breitscheidl die Leiharbeit erlebt. In dem ganzen Jahr hat er keinen Job gefunden, der ihm ein würdiges Leben möglich gemacht hätte. Damit endet sein heimliches Jahr als Leiharbeiter. Hätte ich mir im Leben nicht vorgestellt, dass das so eine Knochenarbeit ist. Man geht arbeiten, damit man leben kann. Aber es geht immer nicht. Man schafft es nicht. Nicht über eine Leihfrage. So warte ich heute schon seit Stunden auf den Anruf. Das ist eine ganz moderne Art des Arbeiterstrichs. Letzter Tagebucheintrag. Ich habe jetzt ein Jahr als Leiharbeiter gearbeitet. Und ich könnte es nicht mehr länger tun. Durch den ständigen Wohnortwechsel verliert man den Boden unter den Füßen. Und ich fühle mich sehr einsam und ausgelaugt. Dazu ist der Verdienst eben so gering, dass er zum Überleben nicht reicht. Ich hätte es mir niemals so kompliziert und schwierig vorgestellt, das Leben als Leiharbeiter. Und am schlimmsten ist für mich zu wissen, dass Hunderttausende meiner Kollegen das klassische Schicksal tagtäglich tragen müssen und weiter diesem Job nachgehen. Von Besserung. Keine Sprecher. Das ist einfach nicht wirklich vorhanden. Man weiß nicht, wo man nächste Woche arbeitet, ob man arbeitet, wie viel man verdient. Und ja, die private Zukunftsplanung ist eigentlich nicht wirklich vorhanden. Und das ist schon kein schönes Gefühl. Nach gut einem Monat will Markus Breitscheidl weg aus Rüsselsheim. Er sagt uns, zuletzt habe er ganze acht Stunden gearbeitet und nicht einmal genug für die Pensionsmiete verdient. Er fühlt sich von allen übervorteilt. Das Arbeitsamt hat ihm jetzt einen anderen Job vermittelt. Wieder als Leiharbeiter. Sofort zieht er weiter nach Berlin. Mein nächster Einsatz ist im Werk von Bayer Schering Pharma. Da bin ich angestellt von der werkseigenen Leihfirma Bayer Job Aktiv als Leiharbeiter in der Produktion der Antibabypille Jatz an der Maschine in Schichtarbeit. Wieder ein Monteurszimmer. Wieder ein neues Zuhause auf Zeit. Für ein paar Wochen oder Monate, wer weiß. Zwei Tage einarbeiten, dann beginnt der neue Job im Werk von Bayer Schering am anderen Ende der Stadt. Die Firma Bayer Schering nutzt die Leiharbeit systematischer als Opel und hat sogar eine eigene Leihfirma gegründet. Die stellt die Leiharbeiter ein und verleiht sie im eigenen Konzern. Hier kann Markus Breitscheidl seine Kamera nicht an der Sicherheitsschleuse vorbeischmuggeln. In der Umkleidekabine macht er mit dem Handy nur schnell ein Foto. Zurück von der Schicht. Seinem Videotagebuch berichtet er, wie er den ersten Tag empfunden hat. Schockierend für mich war, dass von den sechs Facharbeitern an meiner Maschine bereits drei schon ersetzt wurden durch Leiharbeiter wie mich. Bedeutet eben, dass statt der tariflichen Bezahlung, die bei 17,50 Euro brutto plus Schichtzulagen liegt, schon ersetzt wurden, ja durch mich, bei 6,42 Euro brutto ohne jegliche Schichtzulagen. Zurück in der Gemeinschaftsküche seiner Unterkunft. Er fühlt sich bei Bayer nicht als Handlanger. Er müsse eine komplizierte Maschine bedienen. Früher habe das ein Festangestellter erledigt. Jetzt mache er, nach einer Einweisung, den Job. Dieser Schichtplan geht über das ganze Jahr. Hier ist es tatsächlich eben so, dass es nicht mehr darum geht, eben flexibel jemanden zu ersetzen, durch Krankheit oder Urlaub, sondern hier ist es wirklich, man ist fest als Mitarbeiter eingeplant und fest in diesem... Und dann legt er uns tatsächlich eben noch diese Norm vor. Er zeigt uns die Verschwiegenheitsverpflichtung. Die Leiharbeiter müssten das unterschreiben. Außerdem sei er mündlich darauf hingewiesen worden, nicht mit Opel-Lahnern zu reden. Markus Breitscheidl sagt, er fühle sich isoliert. Diskriminiert fühlt er sich auch in der Opel-Kantine. Die externen Mitarbeiter zahlen fürs Mittagessen gut das Doppelte. Da geht er lieber zum Imbiss. Hier kosten die Pommes rot-weiß für jeden dasselbe. Das erste richtige Gespräch mit einem Kollegen. Ufuk Utschmann ist schon seit 20 Jahren Leiharbeiter, um sich und seine drei Kinder durchzubringen. Es gibt keine Leihfirmen, glaube ich, dass ich nicht gearbeitet habe. Überall mindestens bei 30, 40 unterschiedlichen Leihfirmen. Aber fast in ganzem Deutschland eingesetzt. Die waren praktisch immer von zu Hause weg. Meine Frau hat immer damals Schwierigkeiten gemacht. Da hat immer gesagt, die Kinder sagen dir bald Onkel. Die wissen nicht mehr, wer der Vater ist. Von seinem Lohn kann die Familie nicht leben. Auch er hat nur sieben Euro in der Stunde. Viele Firmen sehen es nicht gern, dass die Leiharbeiter darüber miteinander sprechen. Das ist überall so, bei einer Leihfirma. Da dürften wir über unsere Verdienste nicht reden untereinander. Und dann nicht sagen, dass wir dann einen Grund zur fristlosen Kinder haben. Wieder bei der Arbeit. Filmen findet Markus Breitscheidl inzwischen zu riskant. Er macht nur schnell Fotos mit seinem Handy. Am Abend erzählt er seinem Videotagebuch noch ganz aufgelöst, was dann passiert sei. Er habe gerade Scheinwerfer kontrolliert, als ein Manager gekommen sei. In der Schicht gab es Riesenärger. Es kam eine ganze Fuhre von Scheinwerfern für Opel Vectra. Und so nach einer Stunde hatten wir mehr als die Hälfte der Scheinwerfer als nicht in Ordnung aussortiert. Dann kam ein Manager in blauem Hemd und Schlips und Kragen sehr nervös. Fauchte uns sofort an, wie wir denn, dass wir unsere Arbeit vernünftig machen sollten. Und wir haben dann gefragt, was hätten wir denn falsch gemacht. Wir haben gesagt, es wären viel zu viele aussortiert worden und das Band würde in 20 Minuten stehen. Wir sollten uns da was einfallen lassen. Und ließ uns die ganzen Scheinwerfer, die als nicht in Ordnung geprüft worden sind, ließ er uns eben, ja, ließ er uns nochmal prüfen, mit der ganz klaren Order, sie alle als okay durchgehen zu lassen, damit eben das Band nicht stillsteht. Wie auch immer zu erledigen. Er sagt, er sei jetzt schon demotiviert. Er ist sauer, er hat zu wenig Arbeitseinsätze. Und es gibt Unstimmigkeiten über die geleisteten Arbeitstage. Seine Firma sagt später, er habe überhaupt nur drei Tage gearbeitet. Er will es nicht zum Streit kommen lassen, weil seine Tarnung sonst aufliegen könnte. Letztendlich ist es natürlich schon eine sehr unangenehme, peinliche Geschichte, dass man zwar einen Arbeitsvertrag hat, der einem laut dem Vertrag auf jeden Fall mal Vollbeschäftigung zugesteht, das allerdings aber nicht ausreicht, um die Höhe überhaupt der Sozialhilfe zu erreichen. Also jetzt bleiben mir noch gerade mal acht Euro in der Tasche. Und der Gang zum Arbeitsamt. Seine Bilanz für den September? Obwohl er einen Job hatte, musste er zum Amt, um einen Zuschuss für Miete und Essen zu beantragen. Denn noch immer wartet er auf sein erstes verdientes Geld. Seit Beginn seiner Recherche lebt er von Hartz IV. Er will die Rolle durchhalten. Sein weniges Geld teilt er in kleine Rationen für den Monat ein. Es ist eigentlich so gekommen, wie ich bereits vermutet habe. Die Einsätze reduzieren sich. Es wird also wirklich von den Arbeitsstunden immer weniger. Also ich kann nicht hier jeden Tag mit diesen Gedanken hier in dem Zimmer sitzen und warten, bis der Anruf kommt. Mir bleibt jetzt wirklich nichts anderes übrig, als mich schon mal in anderen Betrieben wieder zu bewerben. Denn ja, so kann es nicht weitergehen. Ins Internet kann er nur im günstigen Shop. Das Handy immer dabei, falls der Chef sich doch meldet. Im Internet liest er auch über Opel. Dort steht, dass die Umstellung auf Leiharbeit System habe. Auch Opel-Auszubildende sollen später Leiharbeiter werden. Wie zum Beispiel Sarah und Lisa nach ihrer Lehre bei Opel in Bochum. Also es wurden das erste Mal die Azubis nicht übernommen bei Opel, sondern in eine Leihfirma sozusagen gesteckt. Was habt ihr gedacht, als ihr das gehört habt, ihr sollt Leiharbeiter werden? Ne, das wollen wir nicht. Also dass es das nicht sein kann, dass wir einen vernünftigen Job haben möchten und dafür auch was tun wollen. Und man hat ja auch schon einiges gehört über Leiharbeiter und welche Bedingungen das sind. Und ja, also das wollen wir nicht. Nied vor den Pflanzen. Das bedeutet, dass sich die Knie etwas aufscheuern und so ein leichtes Blutgemisch doch ein bisschen mit Erdbeer sich. Was ich ebenso unterschätzt habe, ist, dass natürlich die Fruchtsüße der Erdbeeren die Stechmücken und die Bienen anzieht. Das ist unglaublich, ist die ganzen Beine durch die lange Jeanshose durchzerstochen. Donnerstag, der 5. Juni. Der Bauer macht so langsam ernst, muss man sagen. Also heute hat er uns ohne Vorankündigung 11,5 Stunden bei wirklich brennender Sonne auf dem Feld kriechen lassen. Er hat weder Getränke noch irgendwelche Lebensmittel herangebracht. Was ich für fahrlässig halte, ist, dass er uns nicht mal seine Kiste Wasser hingestellt hat. Und seine Erdbeeren, denkt er, da schaut er, dass jeder Einzelne ja keine Druckstelle hat und da läuft auch jeder Einzelne hinterher. Aber man merkt eben, dass wir das Personal, oder ob er uns überhaupt als Personal ansieht, ist schon fraglich, da in seinen Planungen keine Rolle spielen. Wie lange dürfen wir denn eigentlich? Sechs Stunden dürfen wir. Also erzähle ich meiner Fallmanagerin besser nicht, dass wir länger als sechs Stunden haben. Geht's weiter, ja? In diesen 11,5 Stunden kommt man dann so auf 30 Euro brutto. In 12 Stunden, 11,5 Stunden knallharter Arbeit auf dem Feld. 30 Euro. Sind nicht einmal 3 Euro brutto die Stunde. Unglaublich. So, äh, seit heute wurde uns mitgeteilt, dass wir ab dem heutigen Tag, also heute Nachmittag, ein Ding, gerade mal 8 Euro in der Tasche. Und der Gang zum Arbeitsamt. Seine Bilanz für den September? Obwohl er einen Job hatte, musste er zum Amt, um einen Zuschuss für Miete und Essen zu beantragen. Denn noch immer wartet er auf sein erstes verdientes Geld. Seit Beginn seiner Recherche lebt er von Hartz IV. Er will die Rolle durchhalten. Sein weniges Geld teilt er in kleine Rationen für den Monat ein. Es ist eigentlich so gekommen, wie ich bereits vermutet habe. Die Einsätze reduzieren sich, ja, schon. Es wird also wirklich von den Arbeitsstunden immer weniger. Also ich kann nicht hier jeden Tag mit dieser, mit diesen Gedanken hier in diesem Zimmer sitzen und warten, bis der Anruf kommt. Mir bleibt jetzt wirklich nichts anderes übrig, als mich schon mal in anderen Betrieben wieder zu bewerben. Denn, ja, so kann es nicht weitergehen. Ins Internet kann er nur im günstigen Shop. Das Handy immer dabei, falls der Chef sich doch meldet. Im Internet liest er auch über Opel. Dort steht, dass die Umstellung auf Leiharbeit System habe. Auch Opel-Auszubildende sollen später Leiharbeiter werden. Wie zum Beispiel Sarah und Lisa, nach ihrer Lehre bei Opel in Bochum. Hallo. Also es wurden das erste Mal die Azubis nicht übernommen bei Opel, sondern in eine Leihfirma sozusagen gesteckt. Was habt ihr gedacht, als ihr das gehört habt, ihr sollt Leiharbeiter werden? Ne, das wollen wir nicht. Also, dass es das nicht sein kann, dass wir einen vernünftigen Job haben möchten und dafür auch was tun wollen. Und man hat ja auch schon einiges gehört über Leiharbeiter und welche Bedingungen das sind. Und, ja, also das folgt man auf jeden Fall nicht. Sie hätten keine Wahl gehabt. Aus ihren Ausbildungsjahrgängen stellte Opel keinen ein. Opel habe sie und die anderen Auszubildenden nach der Lehre zu Leihfirmen geschickt, um sie dann als Leiharbeiter nach Bedarf einsetzen zu können. Halten Sie das für eine gute Geschäftspolitik? Wissen Sie was? Wir können ja auch Folgendes machen, dass wir Ihnen einfach sagen würden, wir bieten keine Ausbildungsplätze an und wir bieten diesen Leuten keine Zukunft. Wissen Sie, was wir machen? Wir bieten zu viele Ausbildungsplätze für unsere eigenen Bedürfnisse an und geben, das ist eine Abmachung mit der Politik, den Menschen, den jungen Menschen so eine Chance, überhaupt eine Ausbildung zu haben. Die Opel-Ausbildung ist eine super Ausbildung. Und dann, um sie nicht in eine eventuelle Arbeitslosigkeit zu entlassen, haben wir mit der Politik eine Regelung gefunden, dass diese Leute auf einer seriösen Basis mit ADECO zusammen oder mit Worker... ...monat Oktober 130,50 Euro zu viel bezahlt haben und ich diesen Betrag wieder bei der nächsten Abrechnung abgezogen bekomme. Bis heute streiten sie über die Zahl der Arbeitstage. So oder so, das Geld reicht nicht mehr. Außerdem fühlt er sich einsam, überlegt sogar aufzugeben. Dann könnte er seinen Lohn einklagen. Das muss warten. Er will seine Rolle zu Ende spielen. Immer wieder bekommt er kleine Jobs für ein paar Euro. Nichts Regelmäßiges mehr. Wir besuchen ihn ab und zu und merken, er ist in sich gekehrt, wirkt kraftlos und durcheinander. Im Frühjahr eine neue Chance. Er soll als Saisonarbeiter, als Erntehelfer auf Zeit anfangen. April 2008. Neun Monate dauert seine Recherche jetzt schon. Markus Breitscheidl sagt, diesen Job wolle er noch machen. Er fährt nach Brandenburg an die polnische Grenze. Zusammen mit zehn anderen Arbeitslosen soll er nun dem Obstbauern Wilhelm Aldag bei der Erdbeerernte helfen. Wir kündigen uns ebenfalls an für eine Erntereportage und haben tatsächlich die Möglichkeit, offen mit unserer Kamera zu drehen. Also es muss jedem klar sein, es ist keine Arbeit, die man so nebenbei mitmachen kann. Sie bekommen also am Feldrand nicht nur solche Päckchen, Schälchen, sondern auch solche Holzkisten. Es werden 25 Cent pro Schälchen gezahlt. Das heißt für eine solche Kiste 2,50 Euro. Wer die Arbeit machen will und macht und gut kann, der schafft auf jeden Fall seine 7 bis 8 bis 9 Euro in der Stunde. Und es wird noch besser. Eine Mitarbeiterin des Arbeitsamtes ist da und sie verspricht, dass es sogar obendrauf noch Geld aus der Staatskasse gibt. Eine Art Kombilohn. Sie bekommen von uns noch einen Saison-Mehrbedarfsausgleich. Da habe ich für diejenigen auch schon einen Antrag mit. Das heißt, dass sie pro Tag 18 Euro von der Agentur für Arbeit noch bekommen. Neun Euro plus Zuschuss. Das wäre das Doppelte von dem, was Markus Breitscheidl bisher verdient hat. Mitte Juni. Um kurz vor 5 am Morgen gehen die Helfer aufs Feld. Markus Breitscheidl erntet seit zwei Wochen. Unsere Kamera ist wieder offiziell dabei. Von 9 Euro Stundenlohn will der Chef heute nichts mehr wissen. So 5 bis 7 vielleicht, meint er. Aber sonst gehe es den Erntehelfern sehr gut. Ja, wenn wir halb 5 anfangen, dann sind wir meistens so zwischen 10 und 11 Uhr durch. Und wenn etwas mehr geerntet werden muss, dann kann es auch mal passieren, dass wir bis um 12 machen. Im Internet liest er auch über Opel. Dort steht, dass die Umstellung auf Leiharbeitssystem habe. Auch Opel-Auszubildende sollen später Leiharbeiter werden. Wie zum Beispiel Sarah und Lisa nach ihrer Lehre bei Opel in Bochum. Hallo. Also es wurden das erste Mal, die Azubis nicht übernommen bei Opel, sondern in eine Leihfirma sozusagen gesteckt. Was habt ihr gedacht, als ihr das gehört habt, ihr sollt Leiharbeiter werden? Ne, das wollen wir nicht. Also dass es das nicht sein kann, dass wir einen vernünftigen Job haben möchten und dafür auch was tun wollen. Und man hat ja auch schon einiges gehört über Leiharbeiter und welche Bedingungen das sind. Und ja, also das wollte ich mir auf jeden Fall nicht. Sie hätten keine Wahl gehabt. Aus ihren Ausbildungsjahrgängen stellte Opel keinen ein. Opel habe sie und die anderen Auszubildenden nach der Lehre zu Leihfirmen geschickt, um sie dann als Leiharbeiter nach Bedarf einsetzen zu können. Halten Sie das für eine gute Geschäftspolitik? Wissen Sie was? Wir können ja auch folgendes machen, dass wir Ihnen einfach sagen würden, wir bieten keine Ausbildungsplätze an und wir bieten diesen Leuten keine Zukunft. Wissen Sie, was wir machen? Wir bieten zu viele Ausbildungsplätze für unsere eigenen Bedürfnisse an und geben, das ist eine Abmachung mit der Politik, den Menschen, den jungen Menschen so eine Chance, überhaupt eine Ausbildung zu haben. Die Opel-Ausbildung ist eine super Ausbildung. Und dann, um sie nicht in eine eventuelle Arbeitslosigkeit zu entlassen, haben wir mit der Politik eine Regelung gefunden, dass diese Leute auf einer seriösen Basis mit ADECO zusammen oder mit WorkNet eine Zukunft haben. Und wir finden, dass das eine ganz, ganz gute Lösung ist. Weil wenn wir nur die jungen Menschen ausbilden würden, für die wir hier einen Platz haben, dann hätten wir viel weniger auszubilden. Dann würden die jungen Leute auf der Straße stehen. Und dann möchte ich Ihnen einfach mal sagen, was ist denn da die bessere Lösung? Sie inszenieren hier eine Sozialbetroffenheit, die ich so nicht akzeptieren kann. Aber es ist ja Arbeit da, sonst könnten Sie die ja nicht über Leiharbeitsfirmen dann wieder abwerfen. Es ist eine intelligente Lösung mit dem Betriebsrat gefunden worden, dass Arbeit da ist und dass hier wirklich auch eine Zukunft ermöglicht werden kann. Weil das ist eine Opel-Ausbildung, die die Leute in der Tasche haben. Also es wurde uns sozusagen direkt gesagt, so euer Arbeitsleben fängt an mit Arbeitslosigkeit oder mit Leiharbeit nach der Lehre. Ihr habt keine andere Möglichkeit. Und ja, es sollte einen wirklich daran gewöhnt werden, dass man heute, wenn man arbeiten geht, ist man nur Leiharbeiter, muss man sich alles gefallen lassen. So die Zukunftsperspektive ist einfach, ja, nicht wirklich vorhanden. Man weiß nicht, wo man nächste Woche arbeitet, ob man arbeitet, wie viel man verdient. Und ja, die private Zukunftsplanung ist eigentlich nicht wirklich vorhanden und es ist schon kein schönes Gefühl. Nach gut einem Monat will Markus Breitscheidl weg aus Rüsselsheim. Er sagt uns, zuletzt habe er ganze acht Stunden... ...wann war ich dann doch wieder happy gewesen. Man hofft immer, dass man eine Einstellung kriegt. Und wenn es erst mal für ein halbes Jahr ist, dass man sich wieder mal eine Stufe hochrappeln kann. Aber es geht ihm halt nicht. Man schafft es nicht. Nicht wie bei einer Leihfirma. Als er an diesem Nachmittag nach Hause kommt, hat Markus Breitscheidl wieder Post von Bayer Job Aktiv. Die Firma behauptet, er habe oft gefehlt und rechnet nur zwölf Arbeitstage an. Das ist ja unglaublich. Ich habe jetzt von Bayer Job Aktiv einen Brief bekommen, dass sie mir im Monat Oktober 130,50 Euro zu viel bezahlt haben. Und ich diesen Betrag wieder bei der nächsten Abrechnung abgezogen bekommen. Bis heute streiten sie über die Zahl der Arbeitstage. So oder so, das Geld reicht nicht mehr. Außerdem fühlt er sich einsam, überlegt sogar aufzugeben. Dann könnte er seinen Lohn einklagen. Das muss warten. Er will seine Rolle zu Ende spielen. Immer wieder bekommt er kleine Jobs für ein paar Euro. Nichts Regelmäßiges mehr. Wir besuchen ihn ab und zu und merken, er ist in sich gekehrt, wirkt kraftlos und durcheinander. Im Frühjahr eine neue Chance. Er soll als Saisonarbeiter, als Erntehelfer auf Zeit anfangen. April 2008. Neun Monate dauert seine Recherche jetzt schon. Markus Breitscheidl sagt, diesen Job wolle er noch machen. Er fährt nach Brandenburg an die polnische Grenze. Zusammen mit zehn anderen Arbeitslosen soll er nun dem Obstbauern Wilhelm Aldag bei der Erdbeerernte helfen. Wir kündigen uns ebenfalls an für eine Erntereportage und haben tatsächlich die Möglichkeit, offen mit unserer Kamera zu drehen. Also es muss jedem klar sein, es ist keine Arbeit, die man so nebenbei mitmachen kann. Sie bekommen also am Feldrand nicht nur solche Päckchen, Schälchen, sondern auch solche Holzkisten. Es werden 25 Cent pro Schälchen gezahlt. Das heißt für eine solche Kiste 2,50 Euro. Wer die Arbeit machen will und macht und gut kann, der schafft auf jeden Fall seine 7 bis 8 bis 9 Euro in der Stunde. Und es wird noch besser. Eine Mitarbeiterin des Arbeitsamtes ist da und sie verspricht, dass es sogar obendrauf noch Geld aus der Staatskasse gibt. Eine Art Kombilohn. Sie bekommen von uns noch einen Saison-Mehrbedarfsausgleich. Da habe ich für diejenigen auch schon einen Antrag mit. Das heißt, dass sie pro Tag 18 Euro von der Agentur für Arbeit noch bekommen. 9 Euro plus Zuschuss. Dass ich eine Einstellung gekriegt hätte, das ist jetzt zwei Jahre her. Und von heute auf morgen wurde dann gesagt, okay, Feierabend, wir brauchen euch nicht mehr. Und mein Vertrag lag aber schon zur Unterschrift bereit. Und da habe ich dann damals gesagt, okay, da gehe ich nicht wieder rein. Gehe ich nicht wieder rein. Das war jetzt das letzte Mal, dass sie mich rausgeschwitzt haben. Aber wo es dann hieß, ich kann wieder anfangen, war ich dann doch wieder happy gewesen. Man hofft immer, dass man eine Einstellung kriegt. Und wenn es erst mal für ein halbes Jahr ist, dass man sich wieder mal eine Stufe hochkrabbeln kann. Aber es geht eben halt nicht. Man schafft es nicht. Nicht über eine Leihfirma. Als er an diesem Nachmittag nach Hause kommt, hat Markus Breitscheidl wieder Post von Bayer Job Aktiv. Die Firma behauptet, er habe oft gefehlt und rechnet nur zwölf Arbeitstage an. Das ist ja unglaublich. Ich habe jetzt von Bayer Job Aktiv einen Brief bekommen, dass sie mir im Monat Oktober 130,50 Euro zu viel bezahlt haben. Und ich diesen Betrag wieder bei der nächsten Abrechnung abgezogen bekommen. Bis heute streiten sie über die Zahl der Arbeitstage. So oder so, das Geld reicht nicht mehr. Außerdem fühlt er sich einsam, überlegt sogar aufzugeben. Dann könnte er seinen Lohn einklagen. Das muss warten. Er will seine Rolle zu Ende spielen. Immer wieder bekommt er kleine Jobs für ein paar Euro. Nichts regelmäßiges mehr. Wir besuchen ihn ab und zu und merken, er ist in sich gekehrt, wirkt kraftlos und durcheinander. Im Frühjahr eine neue Chance. Er soll als Saisonarbeiter, als Erntehelfer auf Zeit anfangen. April 2008. Neun Monate dauert seine Recherche jetzt schon. Markus Breitscheidl sagt, diesen Job wolle er noch machen. Er fährt nach Brandenburg an die polnische Grenze. Zusammen mit zehn anderen Arbeitslosen soll er nun dem Obstbauern Wilhelm Aldag bei der Erdbeerernte helfen. Wir kündigen uns ebenfalls an für eine Erntereportage und haben tatsächlich die Möglichkeit, offen mit unserer Kamera zu drehen. Also es muss jedem klar sein. Es ist keine Arbeit, die man so nebenbei mitmachen kann. Sie bekommen also am Feldrand nicht nur solche Päckchen, Schälchen, sondern auch solche Holzkisten. Es werden 25 Cent pro Schälchen gezahlt. Das heißt für eine solche Kiste 2,50 Euro. Wer die Arbeit machen will und macht und gut kann, der schafft auf jeden Fall seine 7 bis 8 bis 9 Euro in der Stunde. Und es wird... Ich glaube, dass ich nicht gearbeitet habe. Überall, mindestens bei 30, 40 unterschiedlichen Leihfirmen. Aber fast in ganzem Deutschland eingesetzt. Ich war praktisch immer von zu Hause weg. Meine Frau hat immer damals Schwierigkeiten gemacht. Da hat immer gesagt, die Kinder sagen dir bald Onkel. Die wissen nicht mehr, wer der Vater ist. Von seinem Lohn kann die Familie nicht leben. Auch er hat nur 7 Euro in der Stunde. Viele Firmen sehen es nicht gern, dass die Leiharbeiter darüber miteinander sprechen. Das ist überall so eine Leihfirma. Da könnten wir über unsere Verdienste nicht reden untereinander. Und nicht sagen, das wäre dann ein Grund zur fristlosen Kinderbuch. Wieder bei der Arbeit. Filmen findet Markus Breitscheidl inzwischen zu riskant. Er macht nur schnell Fotos mit seinem Handy. Am Abend erzählt er seinem Videotagebuch noch ganz aufgelöst, was dann passiert sei. Er habe gerade Scheinwerfer kontrolliert, als ein Manager gekommen sei. In der Schicht gab es Riesenärger. Es kam eine ganze Fuhre von Scheinwerfern für Opel Vectra. Nach einer Stunde hatten wir mehr als die Hälfte der Scheinwerfer als nicht in Ordnung aussortiert. Dann kam ein Manager in blauen Hemden und Schlips und Kragen sehr nervös. Fauchte uns sofort an, dass wir unsere Arbeit vernünftig machen sollten. Und wir haben dann gefragt, was hätten wir denn falsch gemacht. Ja, es wären viel zu viele aussortiert worden und das Band würde in 20 Minuten stehen. Wir sollten uns da was einfallen lassen. Und ließ uns die ganzen Scheinwerfer, die als nicht in Ordnung geprüft worden sind, ließ er uns eben noch mal prüfen, mit der ganz klaren Order, sie alle als okay durchgehen zu lassen, damit eben das Band nicht still steht. Also hat unsere Arbeit seit heute eben wirklich, wurde ad absurdum geführt und keiner mehr ist groß motiviert, überhaupt in irgendeiner Weise was zu machen. Seine Einsatzfirma bestreitet seine Schilderung. Wir waren nicht mit in der Halle, können das erstmal nicht nachprüfen. Doch dann reagiert Opel. Über Wochen hatten wir vergeblich um eine Stellungnahme gebeten. Als wir Breitscheidels Geschichte von den Scheinwerfern erzählen, gibt Opel plötzlich doch ein Interview. Man will klarstellen, dass auf keinen Fall defekte Scheinwerfer eingebaut würden. Die Geschichte ist irgendwie so merkwürdig, dass ich der wirklich gerne nachgehen würde. Wir können aufgrund der Statistiken und der Ergebnisse...